Mit dieser Tasche erhalten Sie ein zukunftsweisendes Produkt. Verantwortung tragen, das ist Made in Europe bei Halpha. Leichte 720 Gramm bringt diese Sport- und Reisetasche auf die Waage. Kein Wunder, Ihr Obermaterial wird mit RPT gefertigt, den Fasern recycelter Kunststoffflaschen. Das ist leicht, spart Abfall und schont Ressourcen. Freude macht auch die Größe der Tasche. Ob zum Fitnesscenter oder ins Wochenende, die Sport- und Reisetasche Europe kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020